Hoch oben im Norden, dort, wo die Sonne im Sommer nicht untergeht und die Wälder so groß und unermesslich sind, dass man sich leicht darin verlieren kann, dort leben am Ufer eines großen Sees zwei Brüder. Der ältere hieß Aslak, der jüngere Jirki. Sie lebten in einer bescheidenen Hütte, gingen auf Elch- und Rentierjagd, fingen die Lachse in den Flüssen und die Fische im See und jagten den Bären. Bei ihren Streifzügen kamen sie oft an einer uralten, mächtigen Fichte vorbei, von der die Sage ging, dass dies ein sprechender Baum sei. Doch so oft und so lange Jirki auch unter dieser Fichte saß, so hatte er doch noch nie ein einziges Wort von ihr vernommen. Nur das Ächzen und Stöhnen der Äste, wenn der Wind durch die Zweige strich, und so glaubte er auch nicht daran. Einmal, als sich die beiden wieder zur Jagd aufmachten, da brauste es plötzlich wie von einem gewaltigen Sturm, und über den See kam ein mächtiger Drache herbeigeflogen. Aslak fiel sogleich vor Schreck in Ohnmacht. Jirki aber, Jirki nahm blitzschnell seine Armbrust und wollte den Drachen töten. Da rief ihm dieser zu, bitte, bitte töte mich nicht. Wenn ich dich nicht töte, dann frisst du mich. Nein, nein, ich werde dich nicht fressen, sondern dich reich belohnen, wenn du den Drachen schießt, der hinter mir her ist und der mich fressen will. Ziele auf den weißen Fleck auf seiner Brust und du wirst ihn töten. Und damit flog er über Jirki hinweg. Die Sonne verdunkelte sich, als der zweite Drache kam. Noch nie hatte Jirki ein so riesiges Ungeheuer gesehen. Aber unerschrocken zielte er mit seiner Armbrust auf den weißen Fleck und schoss. Und tödlich getroffen, fiel das Untier zu Boden. Die Erde erbebte, als es aufschlug. Als Jirki neugierig dieses Ungeheuer betrachtete, da kam der erste Drache zurück und sprach, Du hast mir das Leben gerettet und dafür will ich dich jetzt reich belohnen. Hab also keine Angst, wenn ich dich jetzt verschlinge. Was? Ist das der Dank? schrie Jirki empört. Du hast mir doch versprochen, mich nicht zu fressen. Ich hätte dich doch besser gleich töten sollen. Und drohend hob er seine Armbrust. Nein, mein tapferer Held, nein, hör mir doch zu. Wenn ich dich jetzt verschlinge, so speie ich dich sofort wieder aus. Und dann wirst du trotz deiner Jugend ein weiser Mann sein und die Sprache der Tiere verstehen. Da ließ Jirki seine Waffe sinken und sich von dem Drachen verschlingen. Und es kam so, wie der Drache es gesagt hatte. Schon bald war Jirki weit über die Grenzen des Landes hinaus berühmt, wegen seiner Weisheit. Denn er wusste auf alles einen Rat und eine Antwort. Und wusste einmal keine Antwort, so ging er zu den Tieren und fragte diese. Und die hatten immer eine. Nur sein Bruder schimpfte in einem Dummkopf, denn seit Jirki die Sprache der Tiere verstand, ging er nicht mehr mit ihm auf die Jagd und fing auch keine Fische mehr, sondern er näherte sich von Bären und Pilzen, die er im Wald fand. Und als er wieder einmal so durch den Wald strich, hörte er plötzlich seine Namen rufen. Erstaunt folgte er dem Ruf und kam zu der uralten, mächtigen Fichte, zu dem sprechenden Baum. Verwundert fragte er. Woher kennst du meinen Namen? Und warum hast du mich gerufen? Und warum habe ich noch nie ein Wort von dir vernommen, obwohl ich schon so oft unter deinen Zweigen saß? Ach, Jirki, antwortete der Baum. Ich kenne dich, seit du auf dieser Welt bist und habe mich immer über deine Besuche gefreut. Und du hast noch nie ein Wort von mir vernommen, weil du nicht wirklich daran geglaubt hast, dass Bäume sprechen können. Und so hast du nur mit den Ohren hingehört. Aber seit dem Geschenk des Drachen vermagst du auch mit dem Herzen zu hören. Und du weißt nun, dass alles auf der Welt eine Seele und seine eigene Sprache hat. Und da du deine Weisheit bisher zum Wohl der Menschen eingesetzt hast, darf ich dir ein Geheimnis verraten. Und deshalb habe ich dich gerufen. Grabe unter meinen Wurzeln und du wirst einen irdenen Topf mit Goldstücken finden. Kaufe dir ein Gehöft und werde Bauer. Und alles, was du beginnst, wird dir zum Segen gereichen. Jirki sprach noch lange mit dem Baum was und worüber. Ist leider nicht überliefert. Aber schließlich begann er doch zu graben und fand auch schon bald den Goldtopf. Er befolgte den Rat des sprechenden Baumes. Wurde Bauer. Und da er nun nicht nur seine Weisheit, sondern auch seine Feldfrüchte und die Goldstücke mit den Menschen teilte, wurden seine Speicher und der Goldtopf niemals leer. Irki wurde uralt, war beliebt und verehrt. Und als er starb, da folgte ein langer Trauerzug seinem Sarg. Der Goldtopf, der ist seither verschwunden. Aber vielleicht findest du ihn. Und als er das ist,